Bist du auf Let's Go? Wie ist denn AD Carry? Ich glaube, den haben wir beide, oder? So wenig habe ich gar nicht. Okay, ich suche weiter. Zoe! Habe ich die? Ja, die habe ich. Oh, Junge. Müssen wir das auch in der Reihenfolge... Also in der Reihenfolge muss man das, glaube ich, auch bauen. Aber... Die Schuhe? Ist das egal, wann man die Schuhe baut? Ja, was muss ich für Sums mitnehmen? TP und Exhaust. Ah, ich muss ja auch Sums mitnehmen. Ich muss erst mal Runen machen. Oh shit, ich weiß auch. Ich hör mal, tank ich den Wichser! Ey! Das wird ja alles geblockt. Nein, nein! Wo habe ich die scheiß Qing geschmissen? No! Was denn? Eine W, die ich maxen soll. Ist das das mit ins Fels? Ja. Ich muss auch meine scheiß Shield-Kacke maxen, Alter. Ja, Mann. Machst du nie den Bock zu kommen? Nein! Nein! Ja, komm, Digga! Oh! Oh shit, Digga! Ich hab keinen Mana für die W! Das ist doch scheiße! Ja, das war voll clean gerade. Actually war das nicht schlecht. Aber ich hab halt keinen Mana einfach gehört. Ich hab den Heka weggemacht. Ich seh mich da aber auch irgendwie gar nicht bei dem Scheiß hier. Das ist das dumm. Ja, aber ich glaub, dein müffiges Zeun. Ja, ich glaub, Shield-Bow geht's, ey. Junge Heka steht 3-0. Ich hab den Falsch exhaustet! 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 Junge! Aber wir enden gerade noch am B- Ah, am G- Also, wir sind nicht die, die am meisten enden. Und jetzt geht's los, Junge! Jetzt geht's los, Junge! Jetzt geht's los! Ja, perfekt. Guck mir einfach nichts. Natürlich sind die hier noch drin die Schwänze. Ich wehe mich anstatt einen Minion, Alter. Ich flipp auch hart. Oh mein Gott! Wo kommst du her? Ja, Digga. Ich bin tot. Warum nicht? Komm doch her, Cutter. Ach, Digga, die werden uns so tower-diben. Ja. Ja, Digga! Was hab ich die denn hingebrochen, Alter? Oh! Digga, wir sind so done. Ich boxe zusammen, Alter! Digga, zwei Sekunden CC ihn und bin tot. Nasser Tatsch! Ist das dumm! Komm, Marcel, wir machen das. Er kommt halt wirklich. Ich hab kein Leben. Ich traf gar nichts! Ich hab ihn einfach weggetreten, den Dings. Ne, das geht noch. Warte mal, ich helf den Mates da oben. In meinem Level 7. Hilfe! Da kommt Cutter! In meinem Level 7. Hilfe! Da kommt Cutter! Da ist drin. Das ist das Rugepimmel, was wir hier machen. No! Warte, was komme her? Mein Gott! Nein! Ey, ich hab einen Assist geholt. Team Pullen. Oh, Junge! Zero Kills! Oh Gott! Das ist irgendwie witzig. Wollen wir surrendern? Ja! Ey! Warte, ich hab noch Shieldbau! Wichtig! Machen wir erstmal Support für dich. Oder für wen noch? Oh, Leona hab ich! Also, ich könnte Leona machen. Ja, machst du Leona. Digga, was ist das denn für'n Scheiß? Junge! Ähm, und für dich dann? Ey, dick. Yo! 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 Let's go! Ey, die gehen sogar, die Eier. Seeks? Seeks? Als AD Carry? Okay. Ich hab fucking Sorcerers und Morello als AP, Alter. Und der Rest ist irgendwie so ne Mischung zu irgendeiner Scheiße. Jetzt haben wir beide Stormracer. Als zweites. Au, Junge. Wie heißt das? Spectrus Sickle, Digga. Was macht denn das? Ich kenn das gar nicht. Ich will jetzt nicht sein, aber... Äh, was muss ich ja, ich ne... Aua! Du darfst entscheiden. Dann nehm ich Dorans. Digga, wir haben zwei... Ach, Digga, die sind wieder beide Fernkampf. Und die eine hat diesen hässling Root durch Minions. Der Master, hier musst du nur einmal hierher ballern, Alter. Weil, wenn ihr uns jetzt einpushen... Was macht der jetzt, Digga? Flash drüber. Flash drüber. Das ist ja richtig geil. Einweiler kommt dann... Soll ich mal auf die Flashen? Ja, holy shit. Clean. Clean. Ha! 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 wie auch immer wir das noch geholt haben ich habe mich ich war soweit ich bin im tower ich wollte hier der tower nämlich lebig ich habe auch ich habe jetzt wieder kurz den kontrohrort gelachsen da ist die dinge ja ich komm leichte beutel wie habe ich die gekillt erst mal können und zweitens die sachen die sich eigentlich nicht befähigen dürften vielleicht ein anderer oh da sind 50 Leute oh Digga was macht er denn ich opfer mich mal dass ich ihm helfen kann irgendwie oh Junge er hat irgendwie grad kein Flash Sound die Dane fallen LOL Regel Nummer 1 stay toxic ja geil hab die Kerne nicht bekommen Yalla Gold Regel Nummer 2 via Keyboard Warrior ich brauch ein bisschen Geld dann geh ich ich brauch nur noch einen Menien ok hoffentlich kommt hier niemand ach die Meniens greifen mich an ich hab Sorcerers jetzt wir können hier aufhören mich zu attacken ich werde den Exhausten cleanes Ding ich hab meine E daneben geschmissen aber wichtig wo ist eigentlich die Civil hingerannt ich glaub die ist einfach geflüchtet kann das sein oh Gott ok lass mal Drake holen Ey actually ich hab mir die Runde also die Runde ist gar nicht so kacke actually wir haben glaub ich was ganz gutes servischt ja Mates ihr seid so kacke was macht der da Junge Masai hat er gedrückt aber er hat's nicht so drauf nee ich hol mir die Kerne jetzt hoffentlich HA haste je lass mich in Ruhe ok da kommt Harlot da kommt Harlot ja warum immer ich Mann ich hab ihn mal als erstes ich hab ihn mal als erstes Gwen mach das carry das wenn ich dann nicht sterben bin ne wie ist denn bei dieser Stelle komm Gwen no 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 ha Meiserha schönes Ding wohl komm die holen wir auch noch zack komm bam let's go wichtig wir haben sogar Soul Junge holy shit können wir mal heim kaufen meine Items was brauche ich denn als 8 der weiß dass mein nächstes item ist aber da würde ich mich drauf freuen ja ich freue mich schon weißt du warum weiß was das geile dran ist ich habe aber nur 40 prozent gritt gesamt beim ganzen bild hallo es geht jungs es geht aber immer nicht auf die eier alter ich weiß nicht warum ich ja schönes ding ich weiß nicht warum ich eigentlich leben darf ich weiß die ganze zeit irgendeine scheiße von denen junge ich fühle mich so dumm bei dem was ich baue also die rune finde ich nicht noch so schlimm sondern eigentlich nur die iten runen geht auch bei mir kannst du dir vorstellen ich habe mit einem tank item 3000 leben alter gwen junge ich habe 250 armor die soms schrennen jetzt habe ich mir sie kommen wenn wenn hilfe wenn denn was will ich ein blutungen so alter der menschen wo sie wird weg sie sieht sei denn sie kann irgendwas ausrichten Gwenn heizt sich wieder nach oben. Alter, ihr Tower-Damage kickt auch so rein. Sie wird gleich den Trundle unterm Tower fressen, Junge. Junge, was macht sie da? Ciao. Easy, Ultimate Bravery durchgespielt. Beide drin haben, ich dachte irgendwie die...